China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und schließt vom Bruttoinlandsprodukt her immer mehr zu den USA auf und wird die USA vielleicht auch bald mal überholen. Und übrigens ist die Volkswirtschaft etwa fünfmal so groß wie die von Deutschland. Aber China ist nicht im MSCI World vertreten und auch in einem All-World-Index macht China nur ein paar Prozentpunkte aus. Also stellt sich doch die Frage, solltet ihr nicht mehr China in eurem Depot haben, lohnt es sich direkt in China zu investieren. Darum geht es im heutigen Video von Finanztipp. Ich bin Saidi von Finanztipp. Viel Spaß dabei. Kurz mal, so ein Thema wie China, das interessiert dich doch richtig. Und vielleicht sind da auch ein paar Tipps dabei, die deinen Vermögensaufbau so richtig voranbringen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du uns unterstützt, dass wir solche Videos in Zukunft noch mehr machen können und auch noch weitere Themenfelder behandeln können. Deshalb wer doch Finanztipp Unterstützer unterstützt, unsere Arbeit mit einem regelmäßigen kleinen Beitrag. Den entsprechenden Link findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank von mir schon mal dafür. Als erstes reden wir mal darüber, wie viel bzw. wie wenig China eigentlich in euren ETF-Depots drin ist. Es dürfte klar sein, in einem MSCI World sind eben keine chinesischen Aktien drin, weil MSCI durch die Indexdefinition China nicht als Industrieland einstuft. Aber wir empfehlen ja zum Beispiel den MSCI All Countries World Index oder auch einen FUZI All World Index. Und wie viel macht da China aus? Die haben jeweils so einen Schwellenländeranteil von irgendwas zwischen 10 und 12 Prozent. Und insgesamt an diesem Index macht China dann gute 3 Prozent sowohl in einem ACWI als auch einem FUZI All World aus. Und es wird sogar noch dramatischer. Zahlreiche chinesische Aktien sind tatsächlich im Ausland gelistet, zum Beispiel auf den Cayman Islands. Wenn man jetzt nur die Aktien nimmt, die tatsächlich Festland-China-Aktien sind, dann sinkt der Anteil sowohl im ACWI als auch im FUZI All World auf unter 1 Prozent. Und wenn man sich jetzt dagegen das chinesische Bruttoinlandsprodukt anschaut, das liegt 2023 wahrscheinlich bei guten 19 Billionen US-Dollar. Das Weltbruttoinlandsprodukt liegt bei etwa 106 Billionen US-Dollar. Das heißt, da von der Volkswirtschaft her, vom Bruttoinlandsprodukt her gerechnet, macht China von der Welt einen Anteil von guten 18 Prozent aus. Und wenn man wiederum nur die Länder nimmt, die in einem MSCI All Countries World Index oder im FUZI All World Index enthalten sind, dann steigt der Anteil von China sogar auf über 20 Prozent. Wahrscheinlich ist euch klar, warum ich euch das erzähle. Denn wir wollen ja mit einem ETF passiv in die Weltwirtschaft investieren und die möglichst quasi originalgetreu abbilden. Und wenn wir jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in einem MSCI World gar nicht drin haben und in einem ACWI oder FUZI All World so unterrepräsentiert drin haben, ist das nicht ein ziemliches Problem. Was ihr jetzt machen könntet, ist natürlich zu sagen, ah ja, das kann ich ja ausgleichen, indem ich ein Teil von meinem Geld, mehr Geld direkt zum Beispiel in China stecke. Oder natürlich übrigens in Schwellenländer, über einen Schwellenländer-ETF. Wie ihr das am besten macht, dazu kommen wir gleich im zweiten Teil des Videos. Aber vorher erklären wir mal die Frage, ist das jetzt wirklich so ein großes Problem, dass China in diesen Indizes, in diesen ETFs so unterrepräsentiert ist? Viele von euch werden wahrscheinlich mein großes Argument kennen, warum ich der Meinung bin, dass das kein so großes Problem ist, dass da China vermeintlich unterrepräsentiert ist. Und zwar deshalb, weil es am Ende nicht so sehr geht, wo eine Firma sitzt, in welchem Land, also zum Beispiel in China oder eben in den USA, sondern ganz entscheidend für eure zukünftige Rendite, eure zukünftigen Gewinne, eures ETFs, wo diese Firma wiederum ihre Gewinne und damit ihre Umsätze macht, mit anderen, wo das Geschäft stattfindet. Dazu haben wir heute für euch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Apple als größte Position in all diesen Aktienindizes hat 2022 18,8% seines Umsatzes in China gemacht. Da gingen schon ein paar iPhones dort über den Ladentisch. Bei Procter & Gamble, ihr wisst schon Gillette und so, lag der China-Anteil bei ziemlich genau 10%, bei Nestle bei etwa 5,7%. Und um noch zwei deutsche Beispiele zu nehmen, bei Merck lag der China-Anteil etwa bei 14,2%, bei Siemens bei 13,3%. Aber natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. Bei Microsoft haben wir keine exakten Daten, aber es wird geschätzt, dass der China-Anteil am Umsatz von Microsoft weniger als 2% ausmacht. Und für einige Konzerne wie Alphabet, also Google, Amazon und Meta, da fehlen die Daten komplett. Unsere Beobachtung ist, wenn man eher Hardware-lastige Konzerne nimmt, wie zum Beispiel eben Apple oder auch Tesla oder Taiwan Semiconductor, dann liegt der Anteil am Umsatz irgendwas bei 18 bis 20%. Also entspricht auch dem Anteil, den China am weltweiten Bruttoinlandsprodukt hat. Und die Vermutung liegt nahe, wenn man eher auf die Software-Seite wechselt, wie man am Beispiel Microsoft sieht, dann ist der China-Anteil wahrscheinlich deutlich geringer, weil die Chinesen da eher ihre eigenen Firmen haben. Was heißt das für euch? Natürlich ist es berechtigt, wenn ihr sagt, ihr wollt auch China im Depot haben. Bloß ist der Anteil in eurem ETF bereits deutlich höher, als ihr wahrscheinlich denkt. Nämlich höher in einem MSCI World als 0% und auch höher als 3% in einem All-World-ETF. Wie hoch er genau ist, können wir euch nicht sagen, aber er ist beträchtlich höher. So, vielleicht gibt es immer noch welche unter euch, die das nicht zufriedenstellt. Die sagen, ah, ich will aber mehr in China investieren, weil ich da glaube, dass ich damit in Zukunft höhere Gewinne mache. Ich wäre da ja eher ein bisschen skeptisch, weil wir ja als passiver Anleger eben auf die Gleichverteilung setzen. Aber gut, lasst uns mal die Möglichkeiten durchgehen. Wie könnt ihr in China investieren? Zunächst einmal könntet ihr natürlich Einzeltitel kaufen, einzelne chinesische Aktien. Dass wir schon grundsätzlich bei Einzeltiteln skeptisch sind und euch zur Vorsicht raten, das wisst ihr wahrscheinlich und bei einzelnen chinesischen Aktien erst recht. Aber da gibt es verschiedene Arten, das wollen wir kurz mal durchgehen. Der erste Typ chinesischer Aktien sind die sogenannten A-Aktien, die kommen aus Festlandchina und in die könnt ihr als ausländischer Privatanleger praktisch eh nicht investieren. Dann gibt es die B-Aktien, die könnt ihr in US-Dollar oder gegebenenfalls auch in Hongkong-Dollar tatsächlich erwerben. Der dritte Typ sind die H-Aktien, die sind in Hongkong und deshalb auch in Hongkong-Dollar gelistet. Und viele der B-Aktien sind eben auch als H-Aktien in Hongkong verfügbar. Und dann gibt es noch die ADRs, die American Depository Receipts. Das sind quasi Ableger von chinesischen Aktien, die ihr an US-Börsen in US-Dollar kaufen könnt. Auch da wäre ich besonders vorsichtig, denn das sind nicht wirkliche Aktien, sondern eigentlich Zertifikate auf diese Aktien, die deren Kursverlauf nachbilden. Aber in diesem Video geht es ja nicht wirklich darum, in einzelne chinesische Titel zu investieren, sondern um die Frage, wie ihr eventuell mehr China in euer Depot holt. Und das könnt ihr natürlich relativ einfach machen, indem ihr einen ETF kauft auf den MSCI China. Der umfasst immerhin über 700 chinesische Aktien. Wenn ihr jetzt sowas hört über eine vermeintlich breite Streuung, was müsst ihr euch dann immer fragen? Richtig, wie schief ist dieser Index oder so ein ETF? Anders gefragt zum Beispiel, wie viel machen die Top 10 aus? Die größten Positionen, die kennt ihr auch, das sind Tencent mit guten 12% und Alibaba mit 9%. Und wenn man jetzt die Top 10 insgesamt zusammenrechnet, dann kommt man auf knappe 40% des Börsenwertes. Das heißt, gute 700 Aktien, das klingt schon ganz gut, aber tatsächlich sind 40% eures investierten Geldes auf 10 Aktien verteilt. Als Eindruck für euch mal die Performance-Zahlen. Der MSCI China hat über die letzten 10 Jahre eine durchschnittliche Rendite von 5,7% pro Jahr geliefert. Zum Vergleich der MSCI Emerging Markets, an dem China ja einen durchaus großen Anteil von so ungefähr einem Drittel ausmacht. Eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,4%. Und dann, nochmal zum Vergleich, der MSCI All-Countries-World-Index, also der ACWI, an dem ja dann die Industrieländer wieder einen viel größeren Anteil haben, lag schon deutlich weiter vorne. Nämlich bei 9,3% pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Jetzt könntet ihr sagen, das lohnt sich ja gar nicht so richtig, was soll das alles denn mit China, das läuft ja gar nicht so gut. Naja, ist ja nicht gesagt, dass es über die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre so bleibt. Es kann ja durchaus sein, dass in chinesischen Aktien eben noch mehr Entwicklungspotenzial drinsteckt. Am Ende geht es einfach nur darum, für euch als passive Anleger gar nicht so sehr auf diese Rendite oder die Vergangenheitsrendite zu schauen, sondern nur zu sagen, ich will mehr Streuung drin haben und ich will den China-Anteil eventuell erhöhen. Nochmal zur Erinnerung, wir sagen aber, auch die großen westlichen Konzerne, dadurch, dass die viel Umsatz in China machen, habt ihr, wie gesagt, schon ziemlich viel China durchaus drin. Ein Hinweis noch, wenn ihr jetzt nach einem konkreten ETF auf den MSCI China sucht, da geben wir euch bewusst keine Empfehlungen, aber die sind leicht zu finden, gerade auch von großen ETF-Anbietern. Guckt ein bisschen darauf, dass die TER, die Kostenquote, nicht so hoch ist, aber am Ende geht es natürlich um die wirkliche Rendite, die so ein ETF liefert. Und zum Schluss will ich euch noch auf die verschiedenen ethischen Bedenken, die ein Investment in China bedeutet, hinweisen. Also, was bedeutet das Thema Menschenrechte, also der Schutz von Minderheiten oder schlichtweg auch der Arbeitsschutz in China, mit anderen, wie dort mit den Arbeitskräften umgegangen wird. Aber natürlich ist China nach wie vor mit der Weltwirtschaft eng verwandelt und insbesondere auch mit deutschen Unternehmen. Das heißt, wenn wir Produkte von deutschen Unternehmen kaufen oder deren Dienstleistungen nutzen, die aber letztendlich auch in China in irgendeiner Form hergestellt werden, dann haben wir dort das Thema Menschenrechte, Umweltschutz auch ebenfalls vorhanden. Und was denkt ihr? Macht euch das Sorgen, dass in Anführungszeichen so wenig China in eurem ETF, in eurem Depot drinsteckt? Oder macht ihr ein spezielles China-Investment? Schreibt es doch mal unten in die YouTube-Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, diese Infos waren für euch erhellend und interessant. Dann lasst mir doch ein Like da und schaut auch mal bei unseren Grundlagenvideos rein. Bis zum nächsten Video. Euer Saidi.